Ich bin Mr. T. und das ist mein Nachtelf-Irokese. Hey T., es gibt keine Nachtelf-Irokese. Als Maulidiot, wie ich schon sagte. Ein Irokese stürmt auf seinem Frostsäbler durch tiefe Wälder. Mein Irokese... Hier ist ein Krieger, kein Irokese. Vielleicht hat Mr. T. das Spiel gehackt und eine Irokese-Kasse erstellt. Vielleicht ist Mr. T. ein Computer-Ass. Schon mal dran gedacht, Herr super schlauer Regisseur? Ich bin Mr. T., ich bin Nachtelf-Irokese. Was spielst du? World of Warcraft. Kostenlos testen unter warcraft.de Hallo, ich bin William Shatner. Ich bin Schamane. Ich beherrsche die uralten Kräfte der Natur. Ihr wollt bestimmt wissen, hey Shatner, wie schleudere ich einen Lichtblitz? Ganz einfach, holt euch World of Warcraft. Dort könnt ihr alles sein. Ich bin William Shatner und ich bin Schamane. Was spielst du? World of Warcraft. Das Nummer eins online game. Kostenlos testen unter warcraft.de Hallo, mein Name ist Willy Toledo und ich bin ein Paladín. Ich bin ein Paladín. Ich bin ein Lanzador, Hechizos und Luchador, Cuerpo-Cuerpo-Cuerpo. Cuerpo-Cuerpo-Cuerpo. Ich bin ein Paladín, was ich mir gerne mag. Aber das ist sehr, ich bin ein Protektor der Luz. Ich bin Willy Toledo und ich bin ein Paladín. Und du, was du? Warcraft, Spiel Nummer eins in der Welt. Mein Name ist Jean-Claude Van Damme und ich bin ein Mag. сказать, warcraft.de Mein Name ist Verne Treuer, ich lebe in Hollywood, Kalifornien und bin ein Magier. Ich bin Meister des Arkanen. Es gibt 9 Millionen Spieler in World of Warcraft. Das ist riesig. Wie mein Magier. Ich bin Verne Treuer und ich bin Magier. Und was spielst du? World of Warcraft. Das Nummer 1 Online Game. Kostenlos testen unter warcraft.de